Hallo zusammen, ich bin Nadja Schätting aus Rickenbach bei Wiel. Meine Lehre mache ich im Frühstück bei der Familie Engeli. Ich bin hier im ersten Lehrjahr und bin 16 Jahre alt. Und ich möchte mit dem Video Lehrling des Jahres 2022 werden. Ich wollte Landwirtin werden, weil die Anwechslung zu den Tieren, Pflanzen und Maschinen gibt es genau einmal. Meine grösste Motivation für die Landwirtschaft ist, ich habe hier einen super Lehrbetrieb gefunden. Auch die Unterstützung meiner Familie ist immer dabei. Zuerst wollte ich zwar nicht mitmachen bei Lehrlingen des Jahres, denn ich rede nicht so gerne vor der Kamera. Und bin eh noch die zurückhaltende Person. Doch dann habe ich gedacht, ich könnte mir lernen, ein bisschen mehr zu öffnen. Und dann habe ich gedacht, dann machen wir doch mal mit. Pallieren kann man ja nichts. Ich bin zwar nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen, doch bei uns zu Hause haben wir sehr einen grossen Garten und auch zwei Esel und Hühner. Auch als kleines Kind war ich sehr viel bei meinem Götti auf dem Bauernhof. Später habe ich auch bei der Familie Schätin in Rupperschwil den Beruf besser kennengelernt. Und dann war für mich klar, den Beruf möchte ich lernen. Meine Bewerbung habe ich mit meiner Schwester gemacht. Mir war wichtig, dass ich hier meinen Lehrbetrieb zeigen kann und auch, wo ich aufgewachsen bin. Auch mein Juniorchef hat mich unterstützt. Ich gehe im Arenenberg in die Schule. Mein Lieblingsfach ist natürlich die Tierhaltung, weil ich bin als kleines Kind schon mit den Tieren aufgewachsen und habe mich damit befasst. Mit den Vorschriften in der Landwirtschaft wird es sicher nicht einfacher. Doch ich schaue positiv in die Zukunft. Denn da kommt schon alles gut. Beruflich möchte ich sicher mal auf eine Alp gehen, um mehr Erfahrungen zu sammeln. Denn ich war schon früher auch schon mal auf einer Alp in den Sommerferien. Auch hier durfte ich sehr viele Erfahrungen machen. Hier sind wir bei meinem Lehrbetrieb im Kuestall. Ich bin sehr gerne hier bei den Kühen, weil diese nehmen mich so, wie ich bin. Jetzt spiele ich noch einen kurzen Ausschnitt des Liesbündnomeitschi. In meinem Herzen spüre ich genau, dass Landwirt der beste Beruf für mich ist. Die Abwechslung passt perfekt für mich. Zwar, wenn ich ein Ziel vor meinen Augen habe, dann kämpfe ich auch darum. So wie bei der Beruf Landwirt. Es war nicht immer einfach in der Schulzeit. Doch ich habe darum gekämpft. Darum hoffe ich, dass ihr für mich abstimmst, dass ich Lehrling des Jahres 2022 werde. Und es war nicht einfach in den Wolfgang kommen. So wie bei der Beruf간stellung passt. Oder war geh ich? Ich говорить noch kurz. Untertitelung des ZDF, 2020